Ich habe grundsätzlich kein Problem mit Gendern. Freunde, ich bin Generation Boomer X. Bei uns hieß es Gendern, da wurde ein Scheiterhaufen aufgebaut. Oh, sie hat rote Haare. Es ist super. Viel passiert. Versteht euch? Ich war in der Schweiz. Ihr wart ja immer ganz weit vorne. Mit Frauen bis das ganz weit vorne. Bei euch dürfen die Frauen schon wählen seit 1974. Versteht euch? Das ist ganz weit vorne. Du sollst außerhalb der Schweiz niemand erzählen. Das glaubt ihr niemand. Wie wurde denn das überhaupt eingeführt? Das Frauenwahlrecht. Wer hat denn da abgestimmt? Wer nachher sind? Die ganzen Männer sind rumgelaufen, völlig verwirrt. Sag ich mir, was du für die Frauen gestimmt? Ich bin nicht. Du, ich bin nicht.